Okay, direkt zur nächsten Szene. Outage? Outage? Keine Ahnung, let's go. Man will mich in den sinnloser Kampf des Lebens transportieren, zeig ich mir! 3.2.1. Action! Natürlich sportlicher Nachbarn hier. Ich schau, ist es vorbei oder was? Ja genau, der Idiot. Wenn ich Idiot, ich mag sterben. Drei, zwei, eins. Action. Verknappende Explosion vorbei. Mach einen 180er. Fahr auf zwei Rädern. Ey, wir waren das wirklich? Ja, okay, sorry. Aber mit dem Wagen habe ich viel bessere Kontrolle als mit dem Wagen davor in der anderen Szene. Drei, zwei, eins. Action. Verknappende Explosion vorbei. Mach einen 180er. Ah, da war die Rampe. Trifft die Rampe. Ja, okay, vergiss es direkt. Drei, zwei, eins. Action. Verknappende Explosion vorbei. Mach einen 180er. Da ist die Rampe, komm. Fahr auf zwei Rädern. Das hat sich wohl erledigt. Trifft die Rampe. Krach in die Gerüststeuer. Trifft bitte nach rechts. Nach rechts? Ich bin aber nach links gegangen. Upsala, wo bin ich jetzt gelandet? Cut! Wird wo? Verfahren? Ja, kann man so sagen. Drei, zwei, eins. Action. Verknappende Explosion vorbei. Mach einen 180er. Fahr auf zwei Rädern. Ah. Trifft die Rampe. Oh boy. Oh boy. Ja. Das ist das. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Verknappende Explosion vorbei. Mach einen 180er. Fahr auf zwei Rädern. Ah. Ah. Schade. Trifft die Rampe. Krach in die Gerüststeuer. Trifft bitte nach rechts. Durch die Lücke. Ja. Schrauben am Schützenwagen hinfahren. Ich habe keine Ahnung wo ich bin. Trifft die Aktions-Taste. Fahr auf zwei Räder. Drifft die Wände nach rechts. Mach einen Satz durch den Kram. Ich bin voll schlecht, ne? ich sehe Drück die Aktion, verlehrt ihr das russische Fahrzeug. Räffisches Lauf. Ah, 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 ah. Cut. Deine Fachgünste sind ein Zeugnis der vielen Fehler der Menschheit. Zählt? Habe ich es doch gepackt oder? Ah, gerade am Ende zumindest. Ich wollte es eigentlich so stehen lassen. Egal, wie viele Fehler ich gemacht habe. Ich habe keinen Bock auf die Szene. Drei, zwei, eins. Action. Verknaffende Explosion vorbei. Mach einen 180er. Fahr auf zwei Rädern. Hey, guck mal, wie der Boden fährt. Driff die Rampel. Krach in die Gerüste weiter. Driff, wenn du nach rechts. Durch die Lücke. Welche Lücke? Wo, wo, wo denn? Wo denn? Da. Keine Chance. Alles viel zu knapp. Viel zu knapp alles. Durch den Kram. Triff die Rampel. Schramme am Schützenwagen entlang. Ah. Fahr knapp am Kugelhagel vorbei. Durch die Lücke. Ah, eh, drauf. Drei, zwei, eins. Action. Verknaffende Explosion vorbei. Noch einen 180er. Fahr auf zwei Rädern. Und tot. Cut. Wenn du hiervon stirbst, Monsieur, hast du wenigstens... Wenigstens was. Drei, zwei, eins. Action. Verknaffende Explosion vorbei. Noch einen 180er. Fahr auf zwei Rädern. Ja. Drei, zwei, eins. Action. Verknaffende Explosion vorbei. Noch einen 180er. Fahr auf zwei Rädern. Triff die Rampel. Jetzt war er ein bisschen schade. Dafür habe ich das andere nicht geschafft. Cut. Bleib dem Bild. Drei, zwei, eins. Action. Verknaffende Explosion vorbei. Ich weiß nicht mehr, wie das geht, wenn es auf zwei Eifel fahren. Vergiss es. Egal, vergiss es. Trifft die Rampe. Krach in die Gerüstweiler. Driftwände nach rechts. Nach echt? Durch die Lücke. Ah Mann, zu spät. Schraube und Schützenwagen entlang. Ja, vergiss es. Drück die Akte aus, dann schüttelst du. Auf zwei Räume. Driftwände nach rechts. Ich habe schon vier Strikes. Mach einen Satz durch den Kram. Drück die Akte aus, Passe. Trifft die Rampe. Schraube am Schützenwagen entlang. Fahr knapp am Kugelhagel vorbei. Durch die Lücke. Ich war noch drin. Ja, nur einmal. Drei, zwei, eins. Action. Verknall an der Explosion vorbei. Nach einem 180er. Fahr auf zwei Räder. Schraube am Schützenwagen entlang. Ja, das ist ein Räder. Schraube am Schützenwagen entlang. Krach in die Gerüstweiler. Driftwände nach rechts. Durch die Lücke. Wo ist die Lücke? Schraube am Schützenwagen entlang. So kompliziert. Mann. Drück die Aktion. Fahr auf zwei Räder. Ja, Art wieder nicht soll sein. Oh, es ist auch noch das Ding am Weg. Ne, ne, ne. Nicht abbrechen. Ich kann nicht durchfahren. Komm. Driftwände nach rechts. Mach einen Satz durch den Kram. Drück die Aktionstaste. Drück die Aktionstaste. Schraube am Schützenwagen entlang. Fahr knapp am Kugelhagel vorbei. Durch die Lücke. Drück die Aktionstaste. Nein. Drei, zwei, eins. Action. Fahr knapp am der Explosion vorbei. Mach einen 180er. Fahr auf zwei Rädern. Drück die Räder. Ich hab's geschafft. Hahaha. Ich hab's geschafft noch. Ich hab's geschafft noch. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab's jetzt auf zwei Räder gepackt. Ich hab's ganz andere Sachen nicht voll geschafft haben. Drück die Aktionstaste. Fahr auf zwei Räder. Okay, okay. Ah, das ist ja südgezählt. Ich hab's schon drei Strikes dran. Schraube am Schützenwagen entlang. Fahr knapp am Kugelhagel vorbei. Durch die Lücke. Drück die Aktionstaste. Warum neu fehlen? Drei, zwei, eins. Action. Fahr knapp am der Explosion vorbei. Mach einen 180er. Fahr auf zwei Rädern. Ey, komm schon. Drei, zwei, eins. Action. Fahr knapp am der Explosion vorbei. Mach einen 180er. Fahr auf zwei Rädern. Ey. Drei, zwei, eins. Action. Fahr knapp am der Explosion vorbei. Mach einen 180er. Mach einen 180er. Fahr auf zwei Räder. Ey, was ist das? Cut. Oh, l'humanité. Und die... Ich geh jetzt in den leichten Modus. Kein Bock mehr. Drei, zwei, eins. Action. Fahr knapp am der Explosion vorbei. Mach einen 180er. Fahr auf zwei Räder. Triff die Räder. Krach in die Gerütspfeiler. Triff Rände nach rechts durch die Lücke. Schraube am Schützenwagen entlang. Kugelhagel vorbei. Durch die Lücke. Drück die Aktion. Triff Rände nach rechts. Sprich das Tor. Krach in den Markt hoch. Durch die Lücke. Fahr knapp am Schützenwagen vorbei. Drück die Aktion. Räder in das Luftwissenfahrzeug. Ha 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 ha. Ja, geschafft, oder? In deinem Erzen, weißt du, du kannst es besser. Ja. Leichter Modus, aber geschafft. Ja, lassen direkt zu stehen. Ein Stern. Der deinen Namen trägt. Ich triff einfach weiter. Schau, musst du wieder ohne, Mann. Ich sag gar nichts. So eine schwierige Szene. Der ganze Film ist komisch. Der ganze Film ist schwierig, wenn ich spiele. Der ganze Eisfilm ist. Der ganze Eisboden ist so schwierig zu fahren. Zweimal bereichst du in den Film bin ich im gleichen Modus. Und noch zweimal generell den ganzen Spiel. Ich habe das gar nicht genutzt gehabt. Da passiert so viel hier. Der ist, ich habe so viel verpackt. Aber durch den gleichen Modus habe ich mehr Strikes-Verpöpfung gehabt. Da habe ich es gepackt. Da fährt er weiter. Da fährt er durch. Ich habe so viel. So viel Falsche macht hier. Das ist doch viel zu viel gewesen. Über drei Meter hatten wir es schon. Das ist alles passiert. Das Ding habe ich auch nicht rammen können. Dann hier die Kugellade. Oder den Beschlügel. Das blödiert einfach alles. Dann noch die Typen verfahren. Da habe ich irgendeinen Trip verpasst. Dann hier durch die Ecke. Durch das Heim. Dann ranfahren. Durch die Lücke. Das ist echt. Da fassen so viel. Dann die Rampel noch erwischen. Und dann noch dieses Wichtbissen-Boot. Und dann noch das Wichtbissen-Boot treffen. Ein Strike mehr hätte ich es wieder nicht geschafft. Aber wir haben es geschafft. Auch wenn es im leichten Modus war. Nächste Saison. Dann schléifst du jetzt. Die Musik. Untertitelung des ZDF, 2020